Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem Wetterpart, Let's Play Mad World, ich bin der Samus im Muffet und wir spielen jetzt erstmal das Siebelspiel, oder auch nicht? Und ein weiter schönes neues Spielchen und eine neue Waffe, alles mögliche. Ja Leute, was ist beim letzten Mal geschehen? Wir sind hier in unser zweites Level gekommen Und, ja, ja, chill zu erleben, man macht das schon. Wir haben beim letzten Mal unseren ersten Bossfight gehabt, das war dieser süße, sehr süße wohlgemerkt, kleine, handliche, riesen, riesen, riesen Monster. Ein Hellfrey, ja, ich weiß was seine, das weiß ich. Ähm, und ich muss kurz einen kleinen, äh, Nachtrag hier machen, nämlich, ähm, ich musste das Level nochmal neu beginnen, ganz einfach, weil ich, ähm, ja, aufgehört habe zwischen der letzten Aufnahmesession und dieser. Komm her, mein Freund, weißt du, wir spielen jetzt? Alter, was willst du, man? Der hat sich einfach nur mit dem Griff befreit. Das geht gar nicht, man. So, und, äh, deswegen sind wir jetzt hier nochmal, äh, muss ich das Level nochmal neu spielen. Also, nur, wenn wir einen anderen Punktestand haben. So, aber, jetzt spielen wir erstmal das Spielspiel. So, ist hier irgendwo ein schöner Reifen? Ja, und ansonsten, was machen wir so cooles? Ja, außer, dass wir Leute aufhängen, aufspießen, sie mit dem Müll beschmeißen. Das geht gar nicht, man. Hat er mich hier einfach gekickt, oder was? Na gut, dann. Ach, komm, oh, der war schlecht. Komm. Bäh. Eins und zwei und drei und, ah. Da haben wir Fass, man. Der tut mir fast leid. Aber auch nur fast. So, oh, da ist, ah, das ist mein Lieblingsding. Hallo. Kommt. Kommt. Und damit ist er eh schon tot. Weil das, also, ich meine, der Reifen, ich meine, der Reifen, der ist ja nicht so schlimm, man, aber. Ach, komm, nein. Egal. Machen wir so. So. Und zack. Leider, Mann, ich stelle mir dieses Spiel so als Film vor. Oh, nein. Oh, wieder einer von denen. Die Magie nicht. Dieses Film. Das wäre so ungefähr, ja, 10% Handlung, 90% Blut. Bam. Alter, voll der miese Move, Mann. War der aber schön? Der war auch schön? Ah, nein, jetzt wäre das ab. Alter, ich drücke immer die falsche. Ich hab nach oben ein Joystick gerade gedrückt, Mann. Jetzt, haut's mal ab, Mann. Da, beschmeißen wir ihn. So, komm, was bleibt, Mann. Ach, komm, immer wenn sie mich rammen, das ist manig. Komm schon. Genau, das war's aber, oder? Jo, was lässt man da? Onions, äh, oh, volles Leben, jo, guck mal. So, zack. Komm, den auch so, einfach so reinlegen. Oh, Leute, weil der gefällt mir so gut, Mann. Die Mülltonne, die immer wieder aufgeht. So. Das Schild kann ich nicht mehr nehmen, oder? Schade. Ah, der Chainsaw-Move geht immer, Mann. Also, meine, ernsthaft, Mann, das Spiel, es ist natürlich gewaltig, es ist natürlich doof, Mann. Aber es ist einfach so, krass, Mann. Geht's noch? Nö. So, da stand schon unser nächstes Spiel-Line. Wir müssen uns ja eigentlich beeilen, Mann. Es geht ja auf Zeit, was die Junge gemacht hat, ich finde. So. Du hast es jetzt mal schön geschild. Und jetzt, Darts. Und du wissen, du bist du, der Black Motherfuckin' Baron. Stop, Stop. All du musst du tun, du musst du ein Fat Bat into ein Fat Ass und launch das Motherfucker auf die Board. Wir halten, wir halten, wie wir mit Darts machen. So, du musst nur über hittin' es und quittin' es. Du fühlst mich? Und, du bist du hittin' es? Hey, Baby, was du tun? Na, ich hab mein own Bat. Ich hab mein own Bat. Ich brauche keine Bat. Hell, ja. Da, 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 da. Ich hab das Gefühl, die Frau wird unser, wird so unser letzter Gegner in diesem Spiel sein. Bäh. Oh, schlecht, Mann. Warte. Bäh. Ah, das ist gut, Mann. Ich will der 60 haben, Mann. Triple 20, Mann. Okay, komm. Oh, scheiß drauf. Hau mal einfach die irgendwo hin, Mann. Ah? Ah, komm, warte mal. Dann müssen wir einen besseren Schlag, wenn wir das hin. Ja, ist gut. Ja, war nicht schlecht, Mann. Komm. Der war irgendwie nix. Der, oh. Oh, fasst das Bullseye, Mann. So. Wir hauen jetzt einfach nur so punkte drauf, aber das ist ja was, Mann. Das ist blöse, Mann. Komm, spons mal ein paar mehr. Nein, das ist ja nett, das Spiel. Das gefällt mir. Weil ich meine, das eine oder die Grube ist, das war ja kacke, irgendwie, aber das ist echt lustig, Mann. So, äh, wir sind ja, äh, Philipp Howard Taylor. Äh, bester Datspieler der Zeit, Mann. Oh, ein gerader Trippel, Mann. Übrigens mal, hier. Alter. So, wurscht, das will ich nicht haben, Mann. Hauptsache. Hauptsache, das ist mir nicht gefallen, Mann. Wir müssen natürlich eigentlich auf die 20 treffen, aber die 20, die so weit oben, das ist echt schwer. Komm, das war. Oh, neuner. Die laufen gar nicht auf mich zu, Mann. Ich stehe aber da. Oh, der war still, Mann. Komm. Schaffen wir noch 400 Punkte? Komm, meinst du jetzt 400 Punkte, Mann? Zack. Ah, das war, das war, das war ein Triple 20, oder? Komm, Mann. Jetzt haben wir ihn einfach auf den Kopf eingehauen, Mann. Okay. Ah, das war ein Vierer. Alter, da ist auch wie Blut dran. So, 400 Punkte, Mann. Sehr schön. Komm. Und nochmal. Und Bäm. Alter. Bullseye. Bullseye. Und 500 Punkte sind das geschafft. Alter, Mann. Das ist mein Spiel, Mann. Komm, einer hier noch. Ah, der wurde immer gezählt, Mann. Aber egal, Mann. ein sehr schönes Spiel, Mann. Ah, okay. Ich habe aber wieder mal eine schöne Axt. Die Axt, die taucht man von mir. Warte mal. Weg da. Du, 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 du. Und, mwah. Und, mwah. Nicht einer wieder von dem, Mann. So. Da geht immer, Mann. Und jetzt. Bäm. 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 Und. haben wir noch immer der Wild. Schade. Ich dachte, ich kann jeder irgendwie cool drüber werfen. Äh, was haben wir denn hier? So. Na, der Kettensägenbruch ist langweilig. Wenn schon, dann machen wir die da. Alter. Den hat man noch nicht, Mann. Alter, legt euch mit dem Mann an, der eine verkackte Kettensäge und damit einfach so, einfach so wehrlose Menschen abschlachtet, Mann. Und mit so einem legt ihr euch an, Mann. Das ist ja einfach so total, Mann. Und mit so einem wollt ihr euch echt anlegen, Mann. Nö, ähm. Gehen wir mal da lang. Hallo. Was ist denn hier oben? Alter. Er hat mir einen Reifen aufgesetzt. Alter. Alter. Alter, hier ist echt das Scheiß-Situation zum Kämpfen, Mann. Aber jetzt weiß ich mal. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe, Mann. Aber es hat ziemlich geiles, Mann. So. Bam. Rest in Pieces. Das ist mal gerade echt das... ein passender Begriff. Oh. Schmeiß mal. Leben. Kann ja nochmal einer von euch hochkommen? Bitte? Schade. Kommt er da hoch? Hallo, Dickie. Ach, komm. Ich komme sogar zu dir runter. So, und jetzt drauf an. Komm, 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 komm. Ja, komm, komm, komm. Ich weiß nie, ob ich da gut schüttle oder ob ich da schlecht schüttle. Ich weiß noch, dass ich immer die falsche Richtung schüttle. Ich weiß auch, dass ich immer die falsche Richtung blöcke. So. Zack, 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 tack, zack, 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 zack. Jetzt gewimmer. Ja, aber komm, das war's, Mann. Alter! Alter, der nervt mich gerade, Mann. Hier in der Ecke zu kämpfen ist so madig. So, jetzt. Ich geb mir die Zwiebel. In die Mülltonne. Komm. Rein da. Und was haben wir hier Schönes? Ah, das ist nur die Bloodbuff Challenge, Mann. Nix spannendes, Mann. So, dann wirst du jetzt erst mal den Müll beschmissen. Der Müllschweiß, der geht immer. Und dann, würde ich mal sagen, ich kriege hier einen kleinen Rotor. Ja, Leute. Nix so schöner als daheim zu sein. Okay, Leute, dann würde ich sagen, können wir noch ein bisschen Kissen kaputt machen. Wo ist denn der jetzt? Ach, hier waren wir schon beim letzten Mal. Das habe ich dann mal gesammelt. Das ist dann der schöne Schläger. Komm. BAM. Das ist eben, wenn wir noch bis aufhören schon dauern. Nein, ich würde sagen, wir bleiben so, Mann. Volle Ausrüstung haben wir, das passt schon. Und dann würde ich sagen, auf zur Brust hier, oder? Yo. So, das ist der Cowboy's 10th time hier in the game. He's become a regular fan favorite. He's got his flashy moves in Lightning Pass. Quick job. How would I hate that prick? When we fought, that dirty bastard kicked me with his spurs and tore my scrotum. You know, my nuts unraveled like two balls of yarn. You know, how fucking long two balls of yarn is? Well, howdy, rookie. Alter, für was machen wir den Käfig? Wenn der für den einfach der Käfig nicht gilt. Alter! 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 Ich kann... Ich steh nur auf. Ich steh auf, werd wieder am Bogen gekickt. So, jetzt. Genau. Alter, miese Movement. Okay, jetzt wieder ausweichen. Aber wir haben schon so hart viel Leben verloren. So. Alter, ich versteh's nicht, man. Okay, wir haben jetzt mal fünf Leben. Deswegen werden wir jetzt nicht so schnell sterben. Aber irgendwie ist der Fight Marding. Und jedes Mal werd ich da gekickt, man. Alter, ich hab... Ich hab geschüttelt, man. Das müsst ihr mir glauben. Ich hab ihn doch ganz eindeutig gehauen, man. So, dann machen wir's halt so. Und jetzt bin ich nicht schon wieder am Bogen, man. Ich werd einfach von ihm immer auf den Bogen gekickt. Alter, man. Das ist so hart schwer, man. Ich seh halt nichts. So. Jetzt aber. Ah! Leute, man. Der Fighterser ist ein bisschen Buggy. Rechts. Halt und pack. Unten. Alles einmal frei, man. Rechts. Gut schon. Jetzt sieh mir, man. Genau, man. Alter, so viel Blut wie der von Lord of the Tot sei. Und der hat kein extra Leben. Der lauf ja einfach bis herum. Jetzt komm. Jetzt kam gar nicht die Kamera, man. Und trotzdem. Aber egal. Das war's für dich. Mein Cowgirl. So. Bam. Rechts. Weiter. Voll relax, man. Rechts. Rechts. Voll relax, man. Und jetzt kommt. Zer Siblin. Bam. Oh, Jack has found a new cure for hemorrhoids. Yeah, I've never seen a bug break fleet like that. You should try spending 12 hours surfing porn while sitting on the toilet. It ain't pretty when you stand back up. I know exactly how you feel. Pound, pound, explode. Ein sehr schönes Match. Dude the Dude ist besiegt, Leute. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal widmen wir uns ja dann hier unserem nächsten blutigen Fels. Okay. Bis dann, haut rein. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Ciao.